Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh What's Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir Mercy auf Route 66 gespielt und das war ziemlich erfolgreich. Ich konnte auf jeden Fall mega viel heilen, das war ziemlich cool. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Nämlich jetzt haben wir 8 von 10 Platzierungsmatches. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir 3 von 10. Kann sein, ne? Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Computer. Ich hatte ein paar schlechte Matches. Alles ein Mix von allem. Also es ist mega viel. Ich hatte Folgen, weil mein Computer komplett abgespackt ist. Ich hatte Folgen, die haben wir einfach mega verloren. Und ich hatte Folgen, die haben wir gewonnen. Aber irgendwie, keine Ahnung, war es dann nicht spannend oder so. Keine Ahnung. Ich wurde auf Mercy gezwungen teilweise, weil mein Team keinen Heal picken wollte. Hoffen wir mal, dass wir jetzt eine bessere Runde bekommen. Was Spannenderes. Und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen euch Eichen... Oh Gott. Wir spielen auf Eichenwalde. Hupsala. Sprechen ist schwer. Eichenwalde ist eine coole Map. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Verteidigung. Da kann man dann Symetra spielen. Oder Senyatta wäre cool. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe ein bisschen was gelernt in den Folgen. Und zwar haben die geändert, dass Roadhog sich, wenn er heilt, jetzt bewegen kann. Was ihn nicht viel besser macht. Also der macht halt immer noch keinen Schaden. Außerdem haben die geändert, dass bei Einnahmen-Maps, also wo beide Teams Angreifer sind, ist es nicht mehr Best of Five. Also man braucht drei Siege zum Gewinnen, sondern Best of Three. Das heißt, man braucht zwei Siege zum Gewinnen. Was ich tatsächlich gravierend schlecht finde. Dadurch werden die Matches auf den Maps richtig, richtig kurz. Oh, wir haben ein vernünftiges Team. Zwei Healer, zwei Tanks. Oh, das habe ich echt in den letzten Folgen vermisst. Also habe ich länger nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall finde ich das mega schlecht. Weil die Maps, keine Ahnung, da hat man vielleicht In-Game-Zeit sieben Minuten oder zehn, wenn es 2 zu 0 steht. Also wenn 2 zu 0 das Match ausfällt. Und dadurch ist die Map, also das Match ultra kurz, was ich mega scheiße finde. Weil ich liebe diese langen, spannenden Overwatch-Matches. Wie wir das jetzt auf, wo hatten wir das? Bei Moon Colony Horizon war es ja ultra spannend. Bei der ersten Folge dieser Aufnahme-Session. Und solche Matches liebe ich halt eigentlich. Und die gibt es ja dann nicht mehr. Also auf jeden Fall auf den Maps. Immer wenn ich jetzt so eine Map sehe, denke ich mir schon, oh, ein kurzes Match diesmal. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es 1 zu 3 steht. Aber selbst das ist relativ kurz im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt ist von Overwatch. Finde ich schade. Ich hoffe, die machen diesen Fehler, würde ich schon fast sagen, direkt rückgängig. Ich habe daran nämlich nicht so viel Spaß. Wir sollten chillen. Oh, wir haben schon einen gefehlt, Leute. Oh Gott, die haben eine... Huh, ich muss aufpassen. Die haben eine Farrah. Oh Gott. Gerade die Mercy ist wichtig, dann zu markieren. Ich werde aber auch einfach... Oh Gott. Alter, es gibt so viele Targets für mein Markieren. Die hat sich selber gekillt, oder? Ach nee. Nicht ganz. Okay, er ist fast tot. Okay, wir können gut teilen. Die sind aber nicht der... Ne, Anna haben wir noch als Heiler, ne? Genau. Oh, die haben Roadhog. Lol. Wie dumm. Oh Gott. Die haben aber auch einen Zenyatta. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Alter. Ach man, ich hasse solche Tode. Die kommen so plötzlich. Krass, wie hoch die fliegen können. Oh, die hat mich voll erwischt. Die haben aber noch die Anna. Glücklicherweise. Hier ist... Okay, die Mercy ist Silber. Das Gegnerteam. Die haben ein ziemlich gutes Team eigentlich, außer halt Roadhog. Ich finde den halt immer noch mega bad. Oh, scheiße. Okay. Das wird nichts mehr, oder? Tötet damit Leute? Ne, ne? Okay, das wird nichts. Sollte weggehen. Okay. Okay. Ich hab... Ich hab auch meine Ulti. Okay, der kommt jetzt wahrscheinlich von da hinten, oder? Ja, da ist er. Ich begrüße Herausforderungen. Soll ich also mein Heilding mal verteilen. Damit ich... Damit das nicht durchgehend leer ist. Ah, nein. Ich hab mich gerade gefragt, wo die Pharah ist. Oh mein Gott. Ach, wir haben gar keine Mercy. Stimmt, ja. Das ist zum Beispiel auch ein ziemlich großer Fehler, finde ich. Alter. Holy shit. Hm. Das läuft nicht so gut. Oh, lol. Ich hab ihn erwischt ein bisschen. Alter, wie krass. Wir kommen hier nicht raus. Was? Nein, hat er mich gekillt? Oh mein Gott. Also gerade läuft es furchtbar für mich. Für mich vor allen Dingen. Für unser Team aber auch. Der Junkrat holt ein bisschen was raus. Ach du Scheiße. Okay. Oh mein... Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Läuft das Scheiße. Scheiße. Das läuft... Oh Gott. Haben wir den Punkt noch? Aber nicht mal lang, aber... Wir haben halt niemanden zum Heilen noch. Das müssen wir aufgeben. Okay, ich hab ihn gekillt. Lol. Fuck, Alter. Ich stehe... Das war... Da stand ich richtig dumm. Aha, unser Team reicht nicht. Es reicht nicht. Ah, das ist so schade. Ich hätte jetzt echt geil ein richtig cooles Match gehabt, aber es kann noch werden. Immer daran glauben, Simon. Wenn ich einfach Mercy spielen, hätten wir natürlich bessere Karten. Aber ich hasse es immer, Mercy spielen zu müssen. Weil Mercy einfach so krass gut ist. Gott. Mann, das ist halt nervig. Das bringt halt nix. Also ich sollte ihn eigentlich countern. Der McRee eigentlich auch, aber... Ich hab halt auch nicht so gutes A, muss man sagen. Okay, wir haben immer ein paar jetzt getötet. Hätte ich jetzt Ulti, das wär nice gewesen. Farrah muss sowas von sterben, ne? Alter, wie ich da stande. Hätte die noch einen Hit gemacht, wäre ich halt tot gewesen. Die ist so nervig, dieser Champion. Vor allem, weil ihr den auch echt gut spielt. Okay, wir haben uns ein bisschen recovered. Oh Gott, nein, komm doch zurück! Dein Anzug! Alter, warum geht die so heim? Die geht komplett heim. Die ist voll komplett dumm. Der hätte fast den Anzug verloren, Alter. Keine Ahnung, was die da gemacht hat. Ob die mich nicht gesehen hat? Okay, wir müssen etwas besser spielen. Oh, nice and heavy. Ah, lol! Den haben wir bekommen. Das war gut. Ich hab ein bisschen Angst vor den anderen Zenyatta. Kommt, da hat er einen Arzt gebrochen. Oh Gott. Den müssen wir aufpassen. Okay, ja. Nice, das ist nice. Come back. Okay, die hat ihre Flasche ziemlich gut geworfen, die Anna. Okay, wir haben uns gefangen, glaube ich. Ich hab Ulti. Ich muss halt... Ich bleib einfach hinten, der junge Scheiß. Ich muss einfach hinten bleiben. Aber ich darf auch nicht zu weit hinten bleiben. Damit ich nachher nicht irgendwie von hinten weggesnackt werde. Weißt du? Ich kann denen so viel Damage machen. Ist eigentlich ziemlich gut. Das ist sowas von... Oh Gott. Die Pharah muss sowas von sterben, Alter. Pharah ist so heftig. Okay, so. Die Anna von uns halte es ziemlich nice. Okay. Da ist immer noch die Pharah. Uiuiui. Okay. Alter, die halte echt gut. Dass wir hinten stehen, ist gerade mega nice. Haben die... Alter, was war das denn? Die wurde reingezogen oder so. What the fuck? Ich weiß gar nicht, was das war. Das hat sich angefühlt, als wenn Genji durch uns gekommen wäre. Okay. Okay, jetzt kann ich hier was recht machen. So gefällt mir das schon mehr. Schön langsam. Wir können gut verteidigen. Uh. Okay, da könnte ich Damage machen. Nice. 3000 Schaden habe ich. Oh Leute. Okay, hier kann ich mich reinstellen. Alter, ich habe Ulti gedrückt. Alter, wie heftig man... Wie heftig man reagieren muss. Okay, der hat einen getötet. Boah, ich habe Ulti gedrückt. Ey, das ist doch scheiße. Ich meine, vielleicht war es gut, dass ich das nicht getroffen habe. Oh Gott. Ich hatte es im Gefühl. Oh, es war worth. Es war, glaube ich, worth. Alter, es war mega worth. Ich hatte übel im Gefühl. Okay, jetzt musst du Ulti drücken, Simon. Und das war gut worth. Ich habe viel Heilung damit erzielt. Oh Gott. Ich muss so aufpassen. Da ist jemand low. Uiuiui. Okay. Okay. Die Healerin healen. Ich weiß, wo der ist. Oh Gott, ich habe es gesehen. Ich konnte ihn nicht warnen. Nice, den haben wir gekillt. Oh, das mit dem Damage war mega gut. Okay, die muss sowas von sterben. Aber ich kriege sie nicht. Oh Gott. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich nicht von der Reinhard-Ulti gleich getroffen werde. Der sollte die eigentlich schon wieder abhaben, fast. Oh Gott. Sie hat gepanickt. Glaube ich. Alter, aus der Entfernung macht er mir noch so viel Damage. Ich habe extra aufgepasst. Ich habe fast Ulti. Ah, wie ärgerlich. Aus der Entfernung hat er mir noch so viel Damage gemacht. Mein Ultimate ist bald bereit, ja. Oh lol. Okay, er ist tot. Oh. Oh lol, er hat in meine Richtung geultet. Weil er von hinten Damage bekommen hat. Wir haben es, oder? Ja. Ah, nice. Huiuiui. Das war knapp, ey. Alter Schwede. Wir hatten halt auch keine Mercy, ne? Dadurch haben wir diesen Revive halt nicht, ne? Mercy ist eigentlich schon sehr wichtig. Wenn die Anna Mercy gespielt hätte, war wahrscheinlich besser gewesen. Haben wir einen Reinhard? Wir haben gar keinen Reinhard, ne? Warum hat Anna eigentlich Anna gespielt? Weil eigentlich ist die Kombo ist ja Anna Reinhard, weil Reinhard mit Annas Ulti ist halt insane. Ist halt wirklich so. Aber irgendwie haben wir das ja gar nicht. Hupsala, sorry. Habe ich gegen das Mikrofon geschlagen. Aber ansonsten war ich sehr zufrieden. Wir konnten sehr viel heilen. Ich hatte Spaß. Jetzt haben wir Reinhard. Hatten wir gerade Reinhard? Ne, wir hatten Diva und Saria, ne? Ja, soweit so gut eigentlich. Okay. Tracer. Der Reaper gefällt mir mehr. Reaper kann so viel Damage machen, das ist so krass. Eigentlich will ich gerne halt auch Reaper spielen, aber ich kann den Reaper halt nicht. Ich muss den echt mal irgendwie üben oder so. Damage kann ich allgemein nicht. Außerdem wird Damage immer gepickt. Und dann brauchen wir Helden, äh, Heiler und Tanks. Ah, cool. Der hat Barbecue, äh, Soldier. Hallo. Der salutiert, ey, wie cool. Nein, ich jongliere nicht. Ah ja, ich hab den Fuß getreten. Okay, das heißt, ähm, ich werd mich vielleicht mehr um den Affen kümmern müssen, weil die Anna wahrscheinlich, genau, mit dem Reinhard zusammen spielt. Ach guck mal, die spielen ja sogar ein Team sogar zusammen, tatsächlich. Ne, die haben ein Dreier-Team. Ich bin gespannt. Das Gegner-Team sah sehr gut aus. Ich glaube, beim Verteidigen wird das schon sehr schwer, die da zu durchbrechen. Ich meine, wir haben zum Schluss aber uns richtig gefangen. Aber so eindeutig war es zum Schluss dann auch nicht, dass wir die abgezogen haben. Aber wer weiß. Wird auf jeden Fall spannend. Und das ist das Geile. Okay, der Affe hat das alles schon weggemacht. Okay, nice. Okay, der hat ein bisschen Heilung. Den Reaper konnten wir heilen. Der Reaper ist sehr weit vorne, der braucht unbedingt Heilung. Oh, Alter. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir da erwarten können. Ganz viele von diesen, von den Dingern. Okay, der Affe braucht eigentlich unbedingt Heilung. Oh, der ist sowas vom Tod. Scheiße. Hm, sind zu viele gestorben. Können eigentlich nach Hause gehen. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt mal einen One-Shotten können. Darin liegt was, ne? Darin liegt eine Falle. Ich glaube, er ist reingelaufen. Ja. Oh Gott. Okay, der hat einfach den Affen damit gekillt. Okay, verstehe. Kann man machen. Alter. Lol. Ich hab das genau perfekt getimed. Oh, lol. Das war, das war kacke. Die haben nur einen wiederbelebt. Eigentlich mega gut für uns. Oh. Aber er ist alleine, glaube ich, der Soldier, ne? Nee, der Affe ist noch da. Der ist wieder zurückgekommen. Ah, ich glaube, das wird aber nichts. Nee. Er ultet. Oh. Müssen wir eigentlich hinterher. Komm ein bisschen zurück. Okay. Ich hab was versucht. Ja, der Teleporter ist natürlich nervig. Okay, den. Ah, nein. Ich hab ihn aufgeweckt. Oh Gott, ich Idiot. Ach, scheiße. Der braucht jetzt Heilung. Ja, ich werd sterben. Oh, oder nicht? Oh Gott, jetzt muss ich weg. Lol. Bin ich alleine? Oh mein Gott, lol. Okay, ich muss zurück. Oh. Lol. Ich hab aber, denn jetzt hab ich, äh, ein Drittel vom Punkt eingenommen. Wie ich sie noch gekillt hab. Hätte ich das überlebt, ey. Dann hätte ich voll den guten Übergang machen können. Aber das ist ein guter Übergang. Zwei Drittel. Wie geil. Wie ich, äh, die Saria gekillt habe. Und den Soldier nicht retten konnte. Aber danach die Symmetra gekillt habe. Das war nice. Das kriegen wir. Nice. Oh Gott, ey. Drei Minuten haben wir jetzt noch. Der erste Punkt ist tatsächlich immer sehr schwer. Wobei, geht eigentlich, ne? Lol. Hinter dem war die Mercy. Okay. Sollte nichts riskieren. Oh, Alter. Ich hab ein bisschen die Mercy getroffen. Die Symmetra von denen ist irgendwie gerade... Oh Gott. Okay. Scheiße. Ja, wir müssen uns jetzt neu formieren. Okay. Okay. Oh Gott. Alter. Okay. Ich weiß nicht, ob das war vor. Äh. Wahrscheinlich nicht. Hä. Lol. Aber wir kommen ein bisschen weiter. Der Advo kommt sogar noch zurück. Ich hätte nicht ulten sollen. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte mich nicht, äh, chargen lassen sollen. Das ist auf jeden Fall klar. Oh, nice. Oh, nice. Wir töten gerade. Das ist sehr gut. Zum Punkt einnehmen ist es immer sehr gut. Leider stirbt der Affe jetzt wahrscheinlich. Ach nee, er ultet. Lol. Der ist wohl gut, der Affe. Oh. Der ist doch tot. Unlucky. Das kriegen wir, oder? Schlag ihn. Oh. Das sah aus, als wäre der durch Fallschaden gestorben. Hahaha. Aber den gibt's ja gar nicht. Nice. Wir haben den zweiten Punkt jetzt ziemlich gut bekommen. Ach was. Das hat mich auch noch erwischt. Alter, die Junkrat-Ulti ist so dumm. Die ist halt safe kill. Hahaha. Schon fast. Die ist halt wirklich schon fast safe kill. Okay, wir sollten es groupen. Oh, ich kann schon eigentlich halt die Film machen. Ja, Heilung ist klar, dass du das brauchst. Das ist McCree, oder? Ach man. Hätte sich verstecken müssen. Hat er bestimmt versucht, aber... Oh Gott. Oh Gott, der geht rein. Alter, da sind ein paar... Dinger. Das wird er nicht überleben. Ja, halt auch nicht. Kann ich? Lol. Oh Gott. Aua. Alter. Ach, scheiße. Wir verlieren so viel Zeit hier. Müssen zurück. Müssen zurück. Die ballern hier einfach irgendwie hin. Lol. Ich sterb tatsächlich. Oh mein Gott. Ich dachte, das Schild rettet mich. Ach, wie schlecht. Der Junkrat hat seine Ulti aber verkackt. Immerhin. Oder die wird gekontert. Alter, noch eine Minute. Jetzt müssen wir echt Gas machen, ey. Okay. Da haben wir einen Tod. Das ist gut. Oh, wenn ich jetzt Ulti hätte. Alle so low. Okay, ich Ulti einfach. Ach, wie wenig sind wir denn? Aua. Oh Mann. Mein Ulti hat nichts gebracht. Hätte ich die eher abgehabt und dann gemacht. Dann hätte sie vielleicht was gebracht. Oh, lol. Oh Gott. Ich bin der Nächste. Ach, scheiße. Das verläuft sich jetzt langsam tot. Wir können zum Schluss noch was probieren. Die letzte Aktion. Mercy. Letzte Aktion. Mercy spielen. Ah. Okay. Okay, ich bin noch dran gekommen. Okay. Scheiße, da war noch wer. Fuck, der ist gestorben. Fuck, der ist gestorben. Rettet mich. Ach, warum kann ich denn nicht? Ich verstehe es nicht. Das ging doch damals. Aus einer Saria-Ulti raus queuen mit Mercy. Das ging doch damals. Ich bin doch nicht dumm. Okay. Ah. Der McTree ist gut. Die haben einen Schild-Generator. Die haben einen Schild-Generator. Oh Gott. Oh mein Gott, Gegenverkehr. Alle tot. Ich hab keinen Ulti. Ich bin auch nicht da. Ach, Mann. Ey, aber das ging doch mal, oder? Ach, dieser schöne Endscreen sieht immerhin schick aus. Es war spannend. Immerhin. Die hatten... Doch, die hatten zwei Healer. Die hatten auch eine Mercy, ne? Ah, die waren einfach echt besser, muss man sagen. Alter. Jo. Krass. Die haben Damage gemacht. Ach, das war ganz zum Schluss und dann hab ich sie gekillt. Da hab ich sie danach noch getötet. Transzendenz-Heilung. Wow. Aber verursachte Heilung hat sie am meisten. Guck mal, ich hab 12.000 Heilungen und sie hat 16.000. Das ist gar nicht mal so ein großer Unterschied. Ich hab ganz schön krass geheilt. Komm, wir gehen mir mal beeindruckend. Das ist gar nicht mal so ein krasser Unterschied, find ich. Wer hätte das auf jeden Fall gewinnen können? Aber was heißt gewinnen? Die waren halt besser als wir, ne? Es war spannend auf jeden Fall, aber die waren halt dann einfach besser als wir. Ganz zum Schluss da bei dem Punkt. Den zweiten haben wir relativ schnell bekommen, aber dann... Oh Gott, jetzt kann ich das mal sehen. Das hab ich gar nicht gesehen. Alles. Da hab ich halt viel... Alter. Holy shit. Jetzt hab ich 4 verloren, 4 gewonnen, 1 und entschieden. Ach man, wie schlecht das jetzt zum Schluss war, alter. Holy shit. Das nervt mich schon ein bisschen. Es war halt teilweise auch unnötig, weil ich mit Wichsern, mit... ja, tatsächlich Wichsern zusammengespielt habe. Leute, die einfach irgendwas picken. Scheiß auf das Team. Wenigstens, die picken ihren Main. Und das ist dann meistens Damage. Komm. Gib mir was Geiles. Oh, ein Sinjata-Skin. Aha. Harmonisch. Der sieht eigentlich witzig aus, weil er so ein bisschen gelb ist. Aber ich hab schon ein paar coole. Mei hat ein Cinematic. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ihr müsst euch auf jeden Fall angucken. Der ist mega cool. Ich würde das aber eine erfolgreiche Folge nennen. War auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, das letzte Match gewinnen wir. Das kann ich ja jetzt gleich auch noch aufnehmen. Eine Folge haben wir noch in der Session. Und ja, hoffentlich werden wir... Wir werden dann wahrscheinlich normal eingeringt, ne? Wenn ich das letzte jetzt gewinne, hab ich 5 gewonnen, was halt... Hm, ist, ne? Aber dann werden wir wahrscheinlich so eingeringt, wie wir vorher waren. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.